Weihnachtslieder für Klavier. Ein Notenbuch, das ich mit meiner Oma zusammen herausgegeben habe. Im Herbst kam sie zu Besuch, um das Buch vor der Herausgabe noch einmal mit mir zu überarbeiten. Dafür flog sie von Hamburg zu uns nach England, wo wir sie am Flughafen abholten. Ursula Mäge gibt schon seit über 50 Jahren Klavierunterricht für alle Altersgruppen. Schon von klein auf bekomme auch ich von meiner Oma Klavierunterricht, doch da wir in verschiedenen Ländern wohnen, geschieht dies leider nur sehr selten. Manchmal unterrichtet sie mich auch telefonisch. Einen falschen Fingersatz hört sie natürlich sofort heraus, auch wenn sie nicht daneben steht. Es ist für mich natürlich etwas ganz Besonderes, die Klaviersätze meiner Großmutter spielen zu können. Guck ich. Schön die Sterne, sehr schön. Im Buch fanden wir noch viele Fehler und Stellen, die geändert werden mussten. Das fiel an die Gestellnacht, da ist es. Da hattest du ja hier das weggemacht. Das hört halt nicht richtig auf, wenn es da 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 aufhört. Ich fand es auch zu verspielt, zu unruhig. Das ist ja schon sowieso relativ unruhig, dadurch, dass der Sechser. Das ist ja Siciliano-Takt. Das habe ich alles recherchiert. Ja. Toll. Ein ganz tolles Bild. Ich fand es einfach hübsch, weil es so traditionell aussah. Ja, das ist auch schön. Die Könige habe ich natürlich beibehalten, weil das eines der besten Bilder ist. Das ist sehr schön. Scherenschnitt. Die Kamele sind toll. Natürlich musste es am Klavier auch ausprobiert werden. Was ist es hier? Ja, rechts. Links. Beide. Und das ist voll noch. Jetzt F. Noch nichts. Das ist es. Genau, das ist es. Das muss man doch schreiben. Warte mal, Augenblick. Also das ist das Erste. Hier muss es sein wie der Takt. Du brauchst nur einfach einen Pfeil hinzumachen. So, das muss genauso sein. Ja, pass auf, wir machen das so. Kommt das in der Okkabertiefe? Nein, diese wird weggemacht. Okay. Das heißt, da muss eine Achtelpause stattdessen hin. Und nun ist das Buch endlich fertig. Besonders anstrengend waren die vielen kleinen Details, die wir verbessern mussten. Am Ende war das Ergebnis aber allen Aufwand wert. Einen Link zu dem fertigen Buch findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Oder klickt einfach hier. Und dann geht's das Ergebnis. Vielen Dank.